Die elektrische Energieversorgung verändert sich. Dabei erleben wir neben den steigenden Energiekosten zunehmend auch, dass die Netzqualität und Netzzuverlässigkeit abnimmt. Und zwar weltweit. In den Industrieländern zum Beispiel, weil die Infrastruktur veraltert ist oder weil zunehmend Erneuerbare in den DIN eingebunden werden. In den Schwellenländern, weil die Infrastruktur oft mit dem Wirtschaftswachstum nicht mithalten kann. Welche Auswirkungen ergeben sich dafür für den Maschinenbau? Maschinen werden immer performanter und produktiver. Aber wie können sie diese Anforderungen erfüllen, wenn sie an einem instabilen Netz hängen? So sehen Maschinenbauer und Maschinenbetreiber sich immer mehr in der Situation, ein stabiles Netz zur Verfügung zu stellen. Das kann zum einen mit einer sogenannten unterbrechungsfreien Stromversorgung, USV oder UPS, gemacht werden, bedeutet aber hohe Investitionen und hohen Energieverbrauch. Oder in Schwellenländern häufig der Fall Dieselgeneratoren, die ständig im Einsatz sind mit hohem Energieverbrauch und entsprechender CO2-Emission. Eine Alternative dazu ist es, einen kleinen Energiespeicher direkt in die Maschine einzubauen. Diese Alternative hat wesentlich geringere Kosten, geringeren Energieverbrauch und die geringste CO2-Emission. Siemens bietet genau solche Lösungen auf die Maschinen zugeschnitten, ein breites Portfolio. Ist der Energiespeicher in der Maschine vorhanden, kann man ihn für weitere Funktionen wie Peak Power Reduction oder die Nutzung von Bremsenergie verwenden. Und deswegen nennen wir das Ganze Smart Power Management. Smart Power Management von Siemens ermöglicht einen sicheren Maschinenbetrieb auch an unzuverlässigen Netzen und ist eine kostengünstige, energiesparende und umweltfreundliche Alternative zu den diesjährigen Lösungen.